Äh, und wie komm ich jetzt am schnellsten wieder zurück? Hochbau? Leute, bei mir leuchtet da was blau! In der Map! Hä? Blau? Da leuchtet was hell! Da geh ich jetzt hin! Mach das mal! Ja André, ich bin gleich bei dir! Nein, da ist auch 400... Schliess mich tot entfernt! Nee, 160 bei mir! Flo, ich hab hier Wasser! Will ich hoffen! Wenn ich jetzt runterspringe, will ich nicht sterben! Ja, warte, warte, warte! Zu spät! In diesem einen Block, weißt du? Sag dich doch mal! Ja, ich... Ey, bei mir ist das ne Höhle! Und da ist ein... Da leucht... Ach so, das ist ne Qualle! Ich falle jetzt! Geh auf die linke Seite! Falle durch! Und bin im Wasser! Das ist ne Qualle, die da so hell leuchtet, Maxi! Ah... Kannst du mal Licht machen, Flo? Shift oder so drücken? Gucken wir nämlich nicht mehr aus sonst... AAAAAAAAHHHHH! Äh, dann würde ich sagen... Mach ich das hier mal zu, damit wir Wasser haben! Hier, warte mal! Ich falle mich mal rüber zu, André! Sonst stirbt er gleich wieder! Sagt der, der in Dome nicht stirbt! Ich bin weitergekommen nach links als ihr! Ja, du hattest aber auch schon ein bisschen Waffen und so! Wir hatten ja nur die Anflüsse aus, was du... Boah, ich hab'n verzauberter... Verzauberter... Verzauberten... Bumarang! Ich... Ich hab' sogar Wurfsternen schon gefunden! Ja, die haben wir auch schon! Wenn du Kisten findest oder so, auch immer Abbau in die Kisten, ne? Ja, mach ich auch! Okay... Gelber, glibber, komm her! Gelber, glibber, komm her! Komm her, du gelber, glibber! Ficke deinen Arschloch! Gefickt! Gefickt! Ich hab'n gefeckt! Ich hab'n gefeckt! Ich hab'n gefeckt! André, komm runter und entspann dich! Alles gut, ich hab'n gefeckt! Hab' man gehört! Ja? Ja, so ganz leicht, weil du ein bisschen geschrien hast... Minimal! Ey, sag' mir jetzt nicht, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen! Doch! Warum? Ich hab' mich groß und quer gebürtelt! Die mich teleportieren? Geht, wenn du einen Rückruf dran hast! Meine Frage, warum nimmst du das Amethyst nicht mit? Das was? Ähm, ne, das ist Rubin! Wo denn? Siehst du nicht die... Sterne, wo das Rot drin ist? Hier vorne? Ah, hab' ich gar nicht gesehen! So, ich geh' jetzt mal wieder zurück! Hast du einen Rückrufstrang? Nö! André muss laufen! Warte! Mike, ist bei dir noch Wasser? Ja! Ich nehm' das jetzt auch mit! Den ganzen Weg bis nach unten! Hey! Hä? Ich hab' keine Puckeln mehr? Loll! Ja! Maxim, machst du zwei Leiden? Nicht eine? Weil du hast ja schon eine bessere Spitzhacke! Ja! Ja! Junge, der stirbt jetzt! Ja! 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 Maxi, das Wasser ist noch da! Maxi, du bist boosted! Ja! Aber, alter! Übel! Flo! Ich komme! Ja! 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 OMG! Ja! Ich hab noch nie eine Truhe! Ich will die! Ich will die! Ich hab noch nie eine Truhe! Dein Ernst! Flo! Ich hab die Mühe zu gehen, weil ich das gar nicht kenne! Ja! Geil! Truhe mitnehmen! André sammelt meine Truhe! So zeigt man einen Neuling das Spiel! Truhen sind jetzt nichts so besonderes! Also, so! Willkommen, Moxie! Ballerleiker! Auf dem Ruhm! Was hab ich denn hier? Amatheist gefunden! Amatheist! Hä? Ich bin zockt! Was ist da? Können wir vorher bitte, bevor wir weiterbuddeln, immer die Wand zumachen? Ne! Wieso? Weil das besser ist! Genau, weil mein Gehirnblinkung gemacht hat! Ja, falls man auch irgendwie mal ein bisschen sich lenkt oder so, dass man dann nicht auf den Boden auf einmal aufklatscht! Und das Wasser wollen, will ich auch bitte behalten! Könnt ihr jetzt mal die Wand zumachen? Das kann ein bisschen dauern, bis wir das komplette Wasser wieder haben! Ich wurde hier runter! Ja, nicht da runter, André! Das Wasser muss in meinen Gang! Damit wir halt... Ja! Wir bauen immer einen Gang in die Hölle, weißt du? Also, damit wir einfach nur runterfallen müssen und wir sind in der Hölle! Deswegen dieser gerade Gang! Nach unten! Da unten brauchen wir dann halt irgendwie Wasser! Damit wir halt... Weich landen! Platinerd! Nice! Wir brauchen Wasser! Soll ich das Wasser kurz holen? Das Wasser ist bei mir! Ja! Ja! Wasser kriegen wir unten wieder! Habst du den... Du hätt die rechte Seite bauen können! Und hier ist auch noch mal Kupfer! Kann ich euch das Kupfer beilassen? Nee, du kannst mitnehmen! Ich seh da! Kupfer! Ah! Gerader Fall! Warte! Warte! Das sind Schienen, André! Ich weiß nicht, aber... Achso, ja doch! Den Gang nach unten schon! Ja! Wir kommen zum Vorgleich! So, ja André! Jetzt können wir erstmal den Gang so lassen! Ach nee, warte mal! Ja genau! Bau mal zum... Buddeln mal bis zum Wasser! Wir müssen noch bis zum Wasser buddeln! Hast recht! Ah! Ja nimm den Dreck und bau dich hoch! Irgendwie! Ich hab noch ne Tour gefunden! Du kannst schon mal das Wasser zu mir in den Gang bauen, André! Rechts die Wand rein! Ich glaube wir haben hier jetzt einen richtigen großen Höhlengang gefunden! Wollen wir das Kupfer noch ab? Ja! Ja! Ja, bitte kurz! Ja! Wir brauchen noch ein bisschen mehr Wasser! Ja, warte! Ja, nur noch... Nein! Nicht so viel! Nur noch den Gang hier! So! Ja! Das dürfte reichen! Was sagt denn für ein Dillusaurier da unten? Ja... Da oben! Lol! Warte! Hast du noch ein Fackel? Ja! Warte! Ach, höhme weiter runter buddeln! Eigentlich müssten wir uns jetzt wieder hoch machen! hochjumpen, André. Weil ich eigentlich die Höhle damit erkunden möchte. Wo ich bin? Ja. Warte mal, ich geh mal kurz hier lang. Ich hol mal kurz das Erz. Ich bohle mal da runter, ne? Jo. Alter, wo führt denn dieses scheiß Minensystem hin? Oh Leute, ich bin im Schneegebiet. Also die Lorenz schien, die führen direkt rüber ins Schneegebiet. Okay. So viel Erz haben wir bisher noch gar nicht gefunden, ne? Also bei unserer anderen Mapflow haben wir mehr Glück gehabt. Bis die ganzen Sachen Ressourcen angehen. Nein, ich hab da oben noch ein Loch vergessen. Macht Sinn, dass man über die Wand einfach fucking planten kann, André, ne? Ja. Guck mal, da unten liegt eine Riesenqualle, Alter. Eine Riesenmissgeburt, Alter. Aufs Doom. Ver-vergess dich zu hart, Alter. Ja, alles gut. Buddel du mal weiter. Ich buddel mich gleich hier nach rechts. Ich würde nur das Wasser nicht mit nach rechts nehmen. Ja, bloß das Problem ist, ich habe keine Fackeln. Hast du hier keine Macht- hast du keinen Glibber mehr? Warte. So, warte kurz. Du kannst rechtsklicken und drücken halten. Du kannst rechtsklicken und drücken halten. Nein, ich will sie machen jetzt. Ja, alles klar. Nee, rechts ist gar nichts. Jawoll. Ah! Ah! Komm her, du bist kaputt. Okay. Warte, warte, warte. Oh! Ich hoffe, wir bekommen das Wasser wieder. Blau-grüner Pilz habe ich gefunden. So, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Sekunde hier. Ja, wir können hier doch nicht runter... Au! Das ist Fledermaus. Eisen! Silber! Eisen? Silber. Ich habe das Wasser wieder gefunden. Ja, das lassen wir erstmal. Obwohl, du kannst den Gang oben ein wenig schon runterbuddeln wieder. Obwohl, naja, lassen wir erstmal. Wieder runterbuddeln? Nee, nee, noch nicht. Wir lassen das erstmal so. Ähm. Da unten sind irgendwie real... Irgendwie Monster. Was für Monster? Darf ich mich einfach runterbuddeln, das Wasser? Weil, sonst komme ich hier nicht weg. Maxi? Ja, wie? So, ja, mach. So. Oder ich eben als einfacher. Weißt du das nicht, Maxi? Was? So, doch, da unten ist ein Zombie, ja? Ein Skelett. Ob diese... Bestimmt hier sind das Skelette und keine Zombies. Nee, da ist noch ein Zombie, glaube ich. Lebenskristall. Nice. Kannst du abbauen... Ach nee, Andre hat keinen Hammer, glaube ich. Oder ist das Spitzhacke? Spitzhacke. Kannst du abbauen, Andre, dann hast du ein Herz in deinem Inventar, also... ne? Okay, oder ich? Musst du einfach einsetzen. Halt, einfach. Und das bringt mir? Mit links zu leben. Ja, leben. 20 mehr leben. So, okay, wieder hoch. Hast 20 mehr leben? Ja, 20 leben mehr. Hast du nicht mehr 100 und 120. Also hab ich 102 leben. 120. Ja, siehst du mit dir? War ich ja. Mit rechtsklick, ne? Linksklick. Hä? Wie aktivier ich den denn? Aus dem Inventar ziehen, beziehungsweise halt in der Hand halten. Und dann linksklick. Also, als ob du auch ne Spitzhacke oder so benutzt. So benutzt du die. Willkommen, Maxi. Alles gut. Ich bin dein Maid, ich bin dein Erro! Ja! Cloud in the bottle! Warum lässt du mich nicht mal was öffnen? Hier, öffne. Öffne doch die Truhe. Weil dann baue sie auch gleich ab. Hey, wie denn? Wie hilft nicht die denn? Echt, Nick? Hast du doch gerade. Ah, dort. Heiltrank. Kannst auf alles rausnehmen klicken. Wo denn? Ach, so. Alles einsame. Wow! Guck mal, André, was ich jetzt kann. Guckst du? Ja. Geil, ne? Ist noch ein Lebenskristall. Ja, meiner diesmal. Hier, oh, André, guck mal. Alter, was ist hier denn? Alter, Alter. Warte, ich komme. Diamant, ne? Ich hab Platin gefunden. Oder Eis. Da muss noch Blei. Das kannst du abhauen. Ich baue mich dann gleich rüber auf die andere Seite. Oh, das sieht aus, als wäre der Flo da gewesen. Oder ist das ne Falle da? Kann auch sein. Ich komme mal zu euch. Der graue Blob übrigens, André, wenn du den killst, dann teilt der sich nochmal. Also falls du... Ja, da war ich. Ja? War da was? Nein, ich wollte ja weiter nach links. Und dann bin ich dann gerade da gestorben. Oh. Was hast du denn für'n Schwert? Flo hat nen Boomerang. Das ist kein Schwert. Das ist kein Boomerang, Maxi. Was Flo hat doch. Was ich habe. Flo hat nen Boomerang. Ich? Hab einfach nur nen Silberschwert. Woher ist nur das Silberschwert? Crafted. Eigentlich müsste ich das Schwert bekommen. Du hast Platin, Alter. Du kannst den Platinschwert bauen. Warst du da oben Flo? Bei der Kiste oder was da ist? Da oben ist ne Kiste? Ne, da war ich noch nicht. Hier ist doch dieses kleine Häuschen. Hast du das übersehen, Alter? Wo ist denn das hier? Hey. Ne, hier ist keine Kiste. Was? Scheiße, eine Hilfe. Hilfe! Rau dich hoch. Bist ins Wasser gefallen, oder? Hm? Aufm Weg, André! Oh. Jetzt bin ich wieder unten. So. Hä? Ich dachte, du craften kannst nur bei ner Craft Bank. Ja. Ach, hast du einen, oder was? Ne, ich hab das oben gecraftet schon. Oh. Oh, verdammt. Nein, ich bin nicht vergiftet! Mann, jeder Scheiß. Komm her, du kleiner Bastard. Ich fick deine Mutter, Alter. Komm her, du Schatz-Zombie. Oh Gott, Alter. Headshot! Headshot! Ja! Ligger, stirb! Kacklecken, Alter. Mann, ich... Ich will nach Hause! Ja, ne, ist klar, wie er mich getroffen hat. Oh Gott! Ja, da unten ist mein Nichts. Ist das denn für ein Viech? Ja. Wir kommen jetzt am besten wieder am schnellsten nach Hause. Ich hab'n Yo-Yo! Loil! Maxi, wo hast du die Tränke hingepackt? Äh, oh, hab' ich alle. Ich hab'n Yo-Yo, Alter! Das macht Schaden. Wie niemand mit mir redet, Alter. Was hast du gesagt? Ja, wie ich jetzt am besten nach Hause komme. Ähm, warte. Komm mal zu mir. Ich glaub, ich hab'n Rückruf dran. Ich hab'n 5 Stück. Ach, hier ist das Eisgebiet. Ich seh's grad, ja. Oh, ah.